ja hallo und herzlich willkommen zu let's play um sie 2 heute fahren wir die linie 53 auf der map greffrad wir stehen hier schon an unserer ersten haltestelle und müssen jetzt auch direkt gleich losfahren in fünf minuten geht es nämlich schon los wollen wir mal die zeit ein bisschen vorstellen haben wir zwei minuten stellen wir noch mal eine minute vor da wollen wir mal losfahren hier gibt es übrigens keine ansagen was ich auch nicht so schlimm finde es gibt eigentlich ansagen aber die funktionieren nicht also nicht mit diesem bus hier fahrer in ein solaris urbino 12 gräffrader repeat ich habe mir gedacht greffrad habe ich euch noch nicht gezeigt warum fahren wir nicht eine runde auf greffrad herum die linie bin ich auch noch nicht gefahren also die linie 50 bin ich bin ich schon mal gefahren aber die linie 53 noch nicht deswegen fahre ich mit höchstfall hallo 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 einen einzelfahrt ich hoffe das ist nicht so schlimm das falsche ticket ist das falsche ticket das ist das richtige ticket hat die mark hier danke hallo hallo hier ist anscheinend das busνεpphof von greffrad Wie gesagt, Ansagen gibt es nicht. Hallo. Hallo. Die Dame. Seit dem letzten Patch läuft oben sie ein bisschen flüssiger als vorher, also der Patch 2.2 hat schon was gebaut, muss ich sagen. Vorher war das ja schlimm, weil ich war mit oben sie, jetzt geht's aber eigentlich, auch wenn man eine Aufnahme am Laufen hat. Wieso? Jetzt fahre ich wieder gut. Ah, die Welt der Scheiße. Ab und zu springt der Bus dann noch ein bisschen hin und her, aber das ist ja eigentlich typisch. Die nächste Haltestelle, Güterbahnhof Grefhardt. Ausstieg rechts. Hallo Manfred, hallo die Dame, hallo der Herr, hallo nochmal Manfred, wie viele Manfreds waren heute mit. Ja, wie gesagt, ich bin die Linie noch nicht gefahren. Ja, unser Bus ist schon gut gefüllt, würde ich mal sagen. Oha, wir haben wohl super, wir haben einen Screenshot in kurz gemacht, auch wenn das nicht wirklich gelungen ist, war ich vorsichtig. Ich muss jetzt mal in kurz eins machen. Ich bin jetzt auf, ne, oh. Ach, nee. Wir lassen uns ja nix ein Halterpunkt. Der Bus sitzt wieder, ich glaube wir fahren lieber weiter, weil das so extrem wird wieder mal. Ja, das ist manchmal halt so. Können wir nix machen? Ich hab schon die FPS so hoch wie möglich eingestellt, aber der Bus trotzdem, das liegt ja auch nicht wirklich an FPS, weil er eher an oben sieht. So, das sollten die auch mal patchen. Also 1.3 so ein Patch für 2.3 geben würde. Hier seht ihr ja 2.2.0.3, 1.3 habe ich. Äh, das ist eigentlich immer typisch OMSI, dass da, hm, jetzt bin ich durch ein Auto durchgefahren. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, dass ich, dass ich die Kollisionen aus habe. Mit Absicht hab ich die aus. Also wenn ich die anhätte, ich glaube, äh, das wäre nicht so gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Ich kann sie ja mal anmachen. Mit ein OMSI extrem. Hallo. Da plan ich auch schon was für. Da fahren wir mal auf dem Ende, Peter, die ich euch ja letztes Jahr gezeigt habe. Ja, hallo. Fahren wir den Berg hoch, bei tiefstem Winter, mit Kollisionen an. Hallo. Das wird was geben. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich bin nicht so gut mit dem Bus fahren, vor allem nicht mit der Tastatur. Tastatur fahren, das war schon ein bisschen schlimm, ihr merkt das vielleicht auch, dass ich mit der Tastatur fahre. Auf dem Lenkrad muss ich noch ein bisschen hinsparen. Oh, dieser Bus ist wirklich sehr gut gefüllt, jetzt mache ich mal kurz noch mal ein Screenshot. Nur wenn ich ein Screenshot mache, verschiebt sich die FPS-Zahlen. Oh ja, Grün. Super, Grün. Nächste Angestellte, wo wäre der Schalte? Boah, wer der Schalte? Na komm, geht die Tür wieder, weil ich so, ist auch typisch, ob sie fehlen da, wie immer. Ach, Manometer, ey. Deswegen lebe ich die Nummer an Solaris. Na, wird's noch mal heute mit der Tür? Hallo. Mal Freigabe. Ach, Mann, ey. Tür will ich. Mal hier vorne auf. Okay. Die Tür fällt jetzt selber steil, nur die hintere nicht. Aber wenn ich die nicht vermischt. Um sieh. Das liegt was wir da sagen. Machen wir mal die längsliche Anlage... Ah. So. Wollt halt. Sag, jetzt nicht die Tür. Scheiß, Tür ist wieder auf. da steigt alle aus da habe ich wenigstens die ruhe vor warum heute jetzt aussteigen deswegen die tür nicht zugehört ich bin doch nicht so scheiße gefahren oder ich würde mal sagen wir sehen uns im nächsten part wieder wenn es wieder heißt let's play um sie zwei auf greffrad die linie 53 bis dahin